Als ich 16 Jahre alt war im Iran, ich habe mir gesagt, ja, das ist genug für dich. Religion brauchst du nicht mehr, weil mit Religion du hast nichts zu tun. Als ich von Religion, von Islam rausgegangen bin, ich habe schon gemerkt, dass danach kriege ich so viele Probleme. Aber das war meine Meinung und ich bin stolz auf meine Meinung.